Okay, wir nehmen alles zusammen. Erstmal schön entspannt. Okay, wir nehmen alles zusammen. Okay, das soll ich für den Anfang reichen. Wenn ihr Lust habt, natürlich spielt das Video einfach noch mal ab. Ansonsten freuen wir uns über Feedback. Und wenn das eine gute Trainingsvariante für euch ist, dann lasst es uns nicht wissen, dann können wir davon eingehen. Okay, wir nehmen alles zusammen. Erstmal schön entspannt. Okay. 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 Okay, das soll es für den Anfang reichen. Wenn ihr Lust habt, spielt das Video einfach von Maya. Ansonsten freue ich mich immer wieder über Feedback. Und wenn das eine gute Trainingsvariante für euch ist, dann lasst es mich wissen. Dann können wir davon gerne gehen. Ja, gar nicht so einfach. Wie ihr seht, habe ich auf jeden Fall zusammengeschnitten. Trotzdem muss ich sagen, das hat durchaus sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Dankeschön.